Sauerer Breffer Delta 380 Scheiß Ich bin auf R-Leader Ich mache jetzt weiter Breffer versenkt, Sir Dies ist ein Schwergebiet Automatische Sicherheitssysteme sind online Ihr wisst was das bedeutet? Mehr Geschütze! Klöpfe Sprengsatz! Gesichert! Auffassend! Du kriegst wir's machen! Geht neutralisiert! Oh, hier sind noch mehr Mal stunde Oh, ich kann nicht wieder die Pistole ab, weil ich gucke Hallo, es ist klar Wird schon wieder viel zu leiser Wohin, wie willst du denn schon wieder sieben? Mensch, sieben musst du nicht nach acht Ups, ich hasse Bagda Hier ist keine Ruhe Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda-Delta Wenn dabei, viel besser Brechen Sie die Tür auf! Fangen an! 07 ist Einsatzbereit Gesichert! Peng Noch Einträger für Kampf-Truiden Woher kriegen die Trandoschaner die ganzen Waffen? Boah, Sprengsatz Hohe Von wem kriegen die wohl die ganzen Waffen, ja? Ach du Schubbär Ups, saubra zu Wasser Bummelt zaster Deckung-Deltas Ouh, guckst du ohne Hallöchen Ganz normal, nix, ich bin immer Oh, echt Position ändern, Nelton Ziel eliminieren Diese Tür führt zur Brücke Wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen Jetzt erledige ich erstmal rein, weiße Feinde Jetzt will ich sie nicht vor dir erledigen Konzentrier dich bloß nicht so stark auf Zählen Dazu vergiss mir Deckung zu geben Na dann So, das wäre auch wieder erledigt Einheit vernichtet Fühle mich viel besser Delta, Tür öffnen, los Ich mache jetzt weiter Ich hoffe mal, dass wir auf Truinen treffen Achtung, Granate! Die Tür ist auf, wir sind drin Von hier haben wir freies Schuss Wir sind unterwegs Was haben wir rein? Lade nach Hallo, ich seh dich nicht Oh Das ist nervig So So schießt er auch mit der Strecke nicht auf die Strecke Vielleicht nach oben bei der Plattform Na du Alles Choral bei dir Na los, stirb einfach Doppelt, pass ja Gehen Sie in Position, Delta Bin unterwegs Präzisionsschuss abbrechen, Kommando Ja, Sir Äh, ja Leite ihn ein, um es abzubrechen Guck mal, wir den Typen hier mal wegholen und nach oben tun Delta, formieren Sie sich Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando Nehme Position ein Tun wir dich mal nach unten Scorch, in Position Ah, hallo, Schösschen Position ändern, Delta Noch mehr Droiden, Willkommen Sechster am Boden Hm, du solltest da stehen bleiben, den Tod So, also, okay Na ja, eh PPP, PPP, ja, uns alle die Okay, alles klar Ach du Scheiße Präzisionsschuss einleiten, Delta Bin unterwegs In Deckung Ah Ah, du ist schuldig Gott, mein Schuss Na, ach, toll Was, zu wenig 07 ist tot Oder habt ihr uns nur wieder vernichtet? Sind die gerade troffeln? Wird sie mir ernsthaft sagen, wenn wir keine Muni mehr dafür? Scheiße Los jetzt Oh, ich bin nicht schon durchgefahren Sir, Delta 3 auf hier Wir haben die Brücke erreicht und den Störsender ausgeschaltet Können Sie mich hören? Laut und deutlich, Neuer Ich greife auf die Systeme des Schiffs zu, um seinen Status zu überprüfen Verloren Sie Bacta Jetzt Ich dann Ach, Angriff der Klo-Krieger Mit voller Kraft wendet sich das Team nun der Bedrohung durch die Trandoshana zu Die Deltas müssen das feindliche Landungsschiff finden und zerstören Und so die Invasion an ihrem Ursprung stoppen Ja, dem In Angara steht ein Schiff der Sklavenjäger Sind Sie Trandoshanern begegnet? Kann man so sagen Jeder Menge Kampftruiden Ja Den Trandoshanern ging es während des Krieges nicht um Politik, sondern um die Fälle Was machen die dann hier? Und warum verkaufen die Separatisten den Sklavenländern Droiden? Ich werde die Lokdateien analysieren, kümmern Sie sich einstweilen um Angara Okay, einstweilen Ich habe mich in die Systeme des Schiffs gehackt, jetzt kann ich einige Funktionen von hier manipulieren Sind nett von dir Die Nationalen Eilen Sie sich, Delta Ja, vielen Dank, hört ihr das? Irgendwie, ein Stoßtrupp? Ein Penistrupp? Äh, halt euch mal an jetzt Seid mal gute Hunde und Teifisch Ich muss für mich auch, man, wenn ihr nichts dagegen habt Genehmigen Sie sich etwas, Mann Ach, die sind lustig Seit heute Entschuldigung Die Fresse Nein, seid ihr wirklich zu blöd So, Abmarsch Was sind das für Typen? Randoshanische Söldner, sie sind militärisch ausgemeldet und ausgerüstet Sieht man Höh, ich unterschätze dich Hätte fast getroffen Diese Kerle können sich überall verstecken Immer schön langsam und vorsichtig Schatzschützenstellung einnehmen, Kommando Mit dem Anerkrösten vernünftig Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist Jede Waffe, jedes Manöver Die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten Und die Wookie haben sich diesen Verschaffschützen verraten Ich will eine Wookie-Lebensschuld für alle Wir müssen das Schiff in einem Stück nach Korosan bringen Eine Wookie-Lebensschuld für alle Ist aber gut Hallo Mal los, mach hinterlei mit der Bombe Mal los, schneller Ich habe eine Schrotflinte, was hier zu tun Ja, ich habe eine Schrotflinte Ich habe eine Schrotflinte Eine einzige Waffe Und weg ist Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas Platziere Sprengsatz, brauche Deckung Zeigen Sie, was Sie können, Kommando Also nicht sehr viel Magen, Stress nicht Ich will dir einfach mal nichts schicken Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Deltas Wohle Bacta, Sir Bacta für Deltas 2-3 Wer ist denn Deltas 2-3? Gönnen Sie, bevor Sie nicht töten Position ändern, Deltas Bin schon unterwegs Mach ihn ja Deltas 2-3 Machen wir es von hier aus Der gehört mir an Alles klar, Sir Ja, hallo, steht durchgegen Sie, oder? Deckung, Deltas Das war mitte nötig Einfach mal so Random abgeschossen Schießen Platzieren Sie hier einen Sequencer Aktiviere Detonator Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando Wieso folgen die Männer nicht? Achso Machen Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando Du stehst da nicht nur so blöd rum Hallöchen Gehen Sie in Position, Deltas Ach, Schießenübung Sollte zufrieden vor Server abzustellen, Deltas Soll es Tartoschane neutralisiert Oh, was war das denn? Zirnk Engelchen War das eben, wie heißt das denn? Ah, wie heißt die Sprache? War das denn? Spanisch oder so? Deltaschane neutralisiert Ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert Die Transochaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart Ist ja nötig Sie übergeben das SIF? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten Brücken Sie einstmal hin zum Hangar vor und zerstören Sie Oh, schau wieder Passt du Achtung, Hinterhalt Na toll Gute Schuss wieder Sein Wann können Tartoschaner fischen Da hast du schon mal gefragt Da hast du schon mal gefragt Da hast du schon mal gefragt, ne? Hallo, wie ist die Ansicht da? Da habe ich ja vergessen Ach, hau, ich habe mir bekanntes aus dem Film Wir haben den Aufzug mit einem Springposition halten, Deltas Ich überprüfe die Baupläne des Schiffs Nur damit ich das richtig verstehe Die Transochaner haben dieses Schiff gestohlen, um es den Separatisten zu geben, um Kampfdroiden zu kaufen Alles klar, Sir Da will ich hin Ich bin gleich in die Frisse Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta-Delta Habe ich dich wo zuerst gefunden, ne? Oh Präzisionsschluss vorbereiten, Decker Bekommen von allen Händen! Achtung, Setz holen! Sie erzählen euch für einen automatischen Schließmechanismus Sir Das funktioniert nicht! Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren Okay, mach ich das All seid bereit, Sir Transo neutralisiert In Ihrer Nähe ist eine der beschädigten Schaltkreise Reparieren Sie ihn Ziel eliminieren Oh, komm hier, Mann Nachfalscht hast du Ich glaube, hier geht auch die Spielpläcke aus Decken Sie die verdammten Protokolle-Delta Kinderspiel Gehen wir weiter Sir, ich empfange eine selbliche Natur Laut meiner Schild schalten Sie die meisten von Toschane in Zillich Ich sage bei Häufe das Lücken Sie nicht nur Gute Anfrage! Suchen wir die andere Zeitkreise in die Hitze Ich sorge schon dafür, dass Ihnen heiß wird Ich sorge schon dafür, dass Ihnen heiß wird Achtung!